Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble, ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Looney Tunes. Ich werde erstmal starten, voll mit rein und dann schauen wir mal ein bisschen leichter gut, dann schauen wir mal einsam hin Schlüssel hat er. So, dann kriege ich den. Eigentlich kriege ich nur einen Stein. Okay. Gut, unsere nächste Aufgabe ist es. Stufenaufstieg. Wer kriegt einen Stufenaufstieg? Ja, ich bin auch schon. Genau. So, das war Stufenaufstieg. Jetzt sind alle 13. Ich kann nicht höher als 13 sein, weil ich bin selber nur 13. Okay, ist nicht schon Zeit. Ich bin. Abgeschlossen. Die nächste Dating. Volle Kraft. Versucht ein Projekt. Ein Energie. Das sind drei Tons. Das ist der meiste. Eins, zwei, drei. Ach, komm, mach mal den hier aus. Oh. Oh. Aber noch kein. Schau. Da war's. Da schließe 2. Aber vorhin auch. Okay. Da schließe 2. Aber vorhin auch. Okay. Wenn ich die verliere, ist die dann auch abgeschlossen. Viel Vollgeschwindigkeit. Okay, 4 zu 3, 4 zu 2, okay. Ja, ich stehe mal, das ist aber auch gut. Öffnen. Okay, das ist gut. Kauferei Nummer 1. Aber warum bin ich aufgestiegen? Ich will doch gar nicht aufsteigen. Die Gegner werden uns also schwer. Hier ist was gratis. Und das ist gratis. Einsammeln. Und das ist auch gratis. Okay, okay, okay. Okay. Stimmt, die sind ja auch nicht. Einsam. Einsam. Und einsam. Juhu. Ist auch viel verkehr. Das ist doch alles so ringsrum. Naja, ich bin ja auch erst gelämpft jetzt hier. Na ja, erst mal. Werbung weg da! So. Wirklich viel raus voll. So. 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 Gut 3, dann musst du entweichen und hier kommst du, dann habe ich einen Heiler, einen Tank. Und die Dede. Achso, das habe ich nicht. Oh, das ist ein Schatz. Oh, das ist ein Schatz. Untertitelung. BR 2018 Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich bin schade raus. So, dann gebe ich aber wieder zu Dailys zurück. Daily? Ah, ok. Ok, ein Konkurrenzschlag. Noch einmal. Und? Oh, warte. No. No. Ja. No. Oh, zwei Sterne. Gleich mal. Du 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 du. Nein. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Perfekt. Und? Zwei Sterne. Oh, muss ich sagen. Einer fehlt. Höchtern ist aus. Schließe. 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 Die Dreimversion. Oh, das ist schön. Das ist schön. Der Arm ist mit der Box bei der Beine. Das war's für heute. Oh Da habe ich alles Ich finde hier noch den habe ich Den habe ich Den habe ich Den habe ich nicht Den habe ich nicht Den Buckspunny habe ich auch nicht Leopold Ich habe ja 500 Einzel Jo, jetzt habe ich den Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Wabbit Ich bin ein Wabbit Wie weit kann ich den Tune Ich bin ein Ich bin ein Ich würde mir den Fernsehen wieder aufhören. Ich find denn alles aufhören ... Ja, ja, ge-ge-ge-ge-geil, ge-geil-geil. Genau. Ha 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 son! YAHU! Ha 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 ha! Einen lasse ich immer ein Stück niedriger am nächsten Tag, wenn ich da spiele, dass ich gut eigentlich einen Aufstieg machen kann. Die sind doch gerade schnell fertig gemacht. Warum sind denn die wieder da und warum ist der noch nicht fertig? Oh ne, ich habe jetzt nur 15, 16 Stunden für Zeit. Na, nochmal, nochmal von euch. Aber jetzt ein Schnelldurchgang. Versauberung. Kann ich nicht machen. Shit. Noch mal mit ihm weiter. Konkurrentsschlag. Zweimal. Ich hätte ihn einnehmen können, ja? Naja. Ja. 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 Okay. Okay. Ein Pinker Stone. Ich muss da unten nicht machen. Ha, ich hab nichts zu tun. Okay, dann nehmen wir jetzt aber mal den anderen, den müssen wir haben, die Treppe holen. Dann müssen wir den mit. Okay. Mal schauen wie er sich macht. Oh, das ist lustig. 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 Ich hab's doch nie da. Schon wieder aufgeschlafen. Oh, das ist lustig. Okay, drei Invasion. Aber jetzt hier Invasion. Wir nehmen einen Hylton. Wir nehmen einen Hylton. Das ist ein Wettbewerb. oh oh das ist schön ich kann jetzt hier einen Generator noch 2x noch 3x 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 4x 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 5x 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 6x 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 8x 8x 9x 5x 6x 6x 8x 5x 6x 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 7x 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 8x 8x 9x 8x 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 9x 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 8x 9x 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 10x Oh oh... Jetzt habe ich verloren. Jetzt kann ich mal schauen, ob das auch... Jetzt abschließend zählte... Oh nein... Man muss wirklich gewinnen... Okay komm... Mach mal hier jetzt so... Zack... Oh... 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 I know you also... Oh... 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 Es ist so schön. Mist. Mist, Mist, Mist. Das geht bis dahin. Ich habe hier schon mal gekämpft. 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 So. 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 Den kann ich auch. Ja. Ein Stern. So. Wow. Level 70. So. 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 Nene. Hier ist ein Ende. Das ist viel weiter. Der ist weiter da. Der ist weiter da. Der ist weiter da. Oh shit, kann ich auch nicht Perfekt! Ok, 1, 2, 3. So, jetzt die letzte Aufgabe nochmal. Nochmal. 3 Tuns Aufträge. Ok, ok, gut so. Machen wir mal von hinten an. Lipplopp. 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 Genau. Da geht's dran. Shhh. Ha ha. I'm hot. Wabbit. Yahoo. Ha 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 ha. Sylvester. Yowoo. I've easily purchased yowoo. It didn't buy some amount. It didn't pay attention. My office Lin is better girth. Uh huh. Out of my eyes. Watch out, Duck. Good. Yeah. Ich kann 4 auf der Hülle machen. Das ist gut. Dann nehmen wir hier die beiden. Für 2 Stunden. 4. 1. 2. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. So, jetzt habe ich aber alles richtig fertig, und, hallo, 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 Da ist ja auch, hallo, 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 mallo, hallo, hallo. Ich gehe mal kurz aus dem Stacy� Ч hating, jetzt Cowboys, schon mal kurz them'n horn, Ah, hier krieg ich. Schwung wir auch. Aber ne, ich kann nicht. Auf die Bank. Das kann ich machen, aber mach ich lieber nicht. Weil ich muss ja warten für nichts, wenn ich das nächste Mal da spiele, damit ich die Quest auch gleich abschließen kann. Obwohl, ist egal. Komm, mach mal. Stetig. Ja. Kann ich aufhören. Das war's. Dann gehen wir schnell zu den Toons. Und da hat uns ja der Style mal drauf. Das ist ja genauso stark wie Bugs Bunny. Da Eile im Höhe ist, ist der Stelle natürlich. Schön. Schauen wir uns nochmal hier an. Ach, nun krieg ich das. Wie viele Missionen habe ich jetzt gemacht? Neun Stück müsste ich gemacht haben. Das ist ne Schreiberei. Na gut. Bisschen verpackt heute wahrscheinlich. Die Daily. Nachrichten schreiben. Vielleicht krieg ich ja sonst einen Charakter. Okay. Das war's für heute. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis. Hab ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.